Lollolloll, das ist was für dich... Schau, 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 schau... Da, 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 die Puppe! Schau, die kannst du hinmachen! Töte sie! Mach die Puppe hin, zerstören sie. Ja, Schauer, pass auf! Hinter dir ein Mann ohne Hirn, äh, Kopf, oder wie immer. Boah, bist du hart? Bist du hart gekommen, schwul? Einmal halt voll mit der Axt rein. Oh cool, du hast schon weggenommen. Schleuchte. Ah, die Hunde ist schon gesucht! Hallo, Hanta! Oh Gott! Kopf ab! Kopf ab! Geht schon! Oh, oh, oh! Scheisse! Ich wurde geboomert! Oh Gott! Jetzt haben wir zwei Folgen gekotzt! Oh Gott! Wir müssen definitiv nach unserem Teamwerk feilen, so viel steht fest! Jawohl, eine Pipebomb! Ja, ich hab sie mal gerade geschnappt! Hätte ich gesagt, schleicht den, du Zombie! Ab wieder rüber! So, jetzt versuch's nochmal, du! Ah, das war das Bein! Meine Güte, haben sie im Hintergrund lustig, hey! Hey, wir kämpfen uns da irgendwie durch! Ach! Mah! Hör auf mich zu beschwuchteln, da! Hä? Also, bei irgendjemandem ist es gerade sehr, sehr laut! Ja, bei mir ein bisschen! Na, falls die Weiber im Hintergrund seien! Das heißt nicht Weiber, das heißt Frauen, die sind eine... Entschuldigung! Entschuldigung! Die Frauen! Die Mädels! Emanzipation, mein Freund! Emanzipation! Ist dir das ein Begriff? Nur weil ich Sport bin! Dein Leben ist Sport! Emanzipation ist für mich ein Schädler, der durch den Schädel... Äh... Ein Zombieschädler, der durch die Luft fliegt! Das ist für mich Emanzipation! Zombie-Emanzipation, der Fug! Ich glaube eher eher weniger, als wie er ist! In meinem Hintergrund! Ja... Ah, da hinten steht noch wer... Maa, maa, ich muss schon wieder babysitten bei den Menschen! Was ist denn los da? Maa, er humpelt! Du humpelst! Äh, ich hau mir jetzt... Na, ich wollte jetzt noch ganz kurz so ein bisschen nachher... ...wär ich mich mal selbst verärzten! Da einer! Geht schon! Schlimm wär's, wenn wir ein Realism-Game spielen würden mit Realism-Mode enabled, weil wir finden... Äh, jetzt würden wir keine 50 Sekunden überleben, das ist jetzt ganz ehrlich gesagt so! Ja, ein Wahnsinniger mit einem Granatenwerfer, man sieht sich gegenseitig, nimmt... Naja, wer die Eure! Oh, du bewegst dich wohl, so einfach mal drau schießen, oder? Das waren deine Kollegen, aber... Schießt den Hund drauf! Für was heißt du mich? Der schießt dich gleich! Ja, probier's! Da ist Mund bei mir! Deine Mama ist Mund! Freunde sind dafür da, sich gegenseitig zu erschießen! Ach... Ähm... Leute, ich habe Munition gefunden, ich habe hier Adrenalin gefunden... Ja, Munition! Da, Munition! Von der Türm in ein Loch! Wo geht denn der Mensch wieder raus? Äh... Wo bist denn du da, da einer, da mit dir? Nicht auf die Scheibe schießen, bitte! Nicht darauf schießen, weil das ist ein Alarmzeug! Ja, ich weiß... Na, das wissen die anderen aber nicht! Was, ich soll auf die Scheibe schießen? Nein! Denk ich gar nicht an! Ich hab einen Granatwerfer für die Scheiben! Oh, bitte! Oh, oh! Äh... Ach du Scheiße! Du... Die Witch ist im... Die Witch ist im Geschäft, gell? Vorsicht! Die Witch ist im Geschäft! Du auf die Rechte! Drei! Bei drei! Bei drei! Bei drei! Eins! Zwei! Alle auf die Witch! Drei! 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 Sehr gut! Achtung! Wir gehen jetzt durch die Tür... Oder durch die Scheibe, gell? Ja! In... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Vorsicht, Boomer! Weg, 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 weg! Oh Gott! Boah! Ich bin auf dem besten Weg! Ja, bleibt es bei mir mal! Ich sehe eigentlich nicht! Ja, ich bin schon auf dem Weg zum Alarm! Ich bin auf dem Weg zum Alarm! Wir müssen den Arm ausschalten! Definitiv! Ich bin schon in der Nähe! Ich bin in der... Weiter, 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 weiter! Ich komme schon! Da ist noch irgendwo noch eine Witch, oder? Ich habe gerade den Alarm deaktiviert! Ja, keiner bei mir, oder? Nein, da komme ich schnell auch! Ah, da unten ist... Naa! Wir liegen doch auf dem Boden! Naa! Ach, die Scheisse! Ich sage ja! Da liegt ein toter Mensch am Boden! Ich kann nicht ein bisschen Feuerschutz geben, wenn der zweite Zubranin spielt! Ich habe ihm schon aufgeholfen, jetzt nichts wie weg! Okay! Ich habe einen Pankomaten gefunden, der ist leider aus dem Betrieb! Ja! Ich bin aufs Teruige! So gut, dass die Alarm auf Haut durchkommt, bin ich auch wieder nicht! Ja, dann bleibt bitte ein bisschen mehr bei uns! Hallo, Reaper! Ja, ich kunde ja nichts! Wer macht das? Wenn ich ungespiepen wäre und alles! Oh, ist ja der Vibrillator! Schnappt sich dann mal irgendwie, aber den können wir nur gebrauchen! Bzw. wir werden ihn unter Garantie noch brauchen! Soll ich irgendjemanden fauzen? Ja, bin wir dabei! Knall zur Zahn an den Zombie ab, danke! Warte, ich mach die Tür zu! Ja! Da ist ein Mensch, der braucht einen Medikit, der steht vor dir! Hey du Schwarzer! Schwarzer! Da haben wir einen Sniper! Ah, da ist ein Sniper! Ich kann den Medikit brauchen, Reaper! Ah! Scheiße! Danke! Heil mich! Heil mich hart! Einfach auf dich! Ja! Nur ein Hunter irgendwo! Danke! Rechtsklick! 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 Oh! Ja, Pickup! Ja, Pickup! Piepebombe! Dankeschön! Da denkt jemand an mich! Storm! Ich habe hier unten eine Piepebombe gefunden! Eine Piepe! Eine Piepe! Eine Piepe! Eine Piepe! Eine Piepe! Genau! Die liegt da hinten! Genau! Sehr schön! Wunderbar! Ich schrasche jetzt nach vorne und schlachte alles mit meiner Axt ab! Wunderbar! Ich mache das Licht aus von meiner Taschenlampe, weil ich kriege da Angst im Dunkeln! Bei mir lecker Molly! Molly 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 Molly! Warte, zwei Sekunden! Achtung! Weg da! Wo ist der Molotow? Scheiße Gesicht nicht da! Da bei mir lecker! Wenn mich siehst! Ich stehe da richtig schön an den Ecken! Storm! Ah ja, passt! Gesichtig! Danke, Herr Haben! Hey, da liegt noch eine Piepebombe! Wo ist die Piepebombe? Achtung! Da schnappst du die Piepebombe! Die Piepebombe! Die Piepebombe! Passt! Wir haben Antefi! Wir haben Armeidi! Und wir haben einen Haufen Zombies! Ja! Schwierabuid-Jungel! Leichtzenk! Weg! Ab! Rübe ab! Ja! Oh Scheiße! W-Mah! Achtung! Geh jetzt weg da! Weg! Weg! Diamond! Weg! Aufi! 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 Garotwerfenschuss! 263 damage! M-m-m-m-m! Du mit deinem scheiss Granatwerfer! Nein! Neeein! Die Fniper macht noch, dann kann ich schon was! Storm! Ja! Wir müssen dran schauen, dass der nie wieder einen Granatwerfer in die Hand kriegt! Definitiv! Ich wär lieber nur der Reaper, aber der nicht mehr! Ja! Gibts mir einen Granatwerfer! Oh Gott! Na, naaa! Oh, okay! Ich bin jetzt auch mal auf Schrotflinte umgestiegen, äh, der der Durchsage, und ich will das auch nichts mehr haben. Ich bleib bei der AK. Du bleibst beim Anton, oder? Ah, hat sich jeder Medipack genommen? Ja, da rinnen liegt Pillen, Pillen in der Herrentoilette. Ich schnapp mal die Pampi. Sehr gut, guter Junge. Aber das ist jetzt grad rush hour, sehr gut. Aber Karl, da liegt ein toter Mensch am Boden. So was tötet Leute. Was ist da, oder? Ich hinke. Au, 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 das wird jetzt übel. Ähm, warte, wir sammeln uns da jetzt. Jetzt müssen wir kurz die Besprechung machen und so. Wir gehen jetzt da rein und tun nichts. Wir trinken auch auf keine Knöpfe oder was wirklich leuchtet. Ja. Also, kommt. Ja, Reaper, du müsstest dich noch heilen. Also, heil dich immer auf. Nein, warte, nicht heilen. Ich gebe dir halt einfach das Ding da. Das ist dran für dich auch mal. Okay, wir fahren jetzt mit dem... An alle, wir fahren jetzt mit dem Lift runter. Unten ist dann eine Karre und wir müssen... Wir haben eigentlich gesagt, nicht auf die... Wir müssen jetzt 13 Benzinkanister finden und die einfüllen. Rush, das warst du. Ja, wir sehen diese... Also, wir bleiben 2 zu 2, gell? Also, äh, Storm... Wir haben Angst vor vorstehen! Ah! 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 Also... Wir, I und Reaper, Diamond und Rush sind los. Die weiß markierten Dinger sind, ähm, also Benzinkanister. Und Taktik, wir werfen sie da runter Richtung Auto und dann zum Schluss, wenn wir alles unten haben, tun wir sie erst befüllen. Damit sind sie gleich befüllen, dann fischen gleich ein. Da liegt Munition. Warte, irgendwas habe ich gehört. Reaper, Reaper, Reaper. Das ist gleich nicht wo. Nein, Rush, Rush, bleib bei Diamond. Da hat irgendeiner hingekrotzt. Ähm, ja, kann ich jemanden... Hunter! Kann ich jemanden Unterstützung haben, bei mir oben? Wo bist du? Äh, ja. Wo ist denn die Knüchte hin? Ich komm zu dir und... Ja, der Reaper hat einen gefunden, Hunter. Ich komm zu dir rauchen, gell? Was? Sag's einmal, wie ich suche! Ja, toll. Reaper, du brauchst jetzt wirklich gleich mal ein Mad-Bag, gell? Ich bin hinter dir, Storm. Renn du einfach mal vor. Passt, passt. Okay, ich schnapp mich jetzt nicht erkennen, ich schmeißen sie hoch. Passt. Hab's, hab's. Rotogen wichsen. Auch nur über die Reling. Schleif dir da. Du hinten noch, warte. Komm zurück, stramm zurück, umme dran, 180. Okay, passt. Wir sind gleich auf der, äh, in der richtigen Etage. Okay, passt. Wie geht's euch unten? Alles... Okay, Reaper ist wieder vollkalt. Passt, wunderbar. Was liegt denn da? Oh ja, Puma-Kotze, Puma-Kotze. Passt, schnapp ich mal. Hab schon. Benzin vielleicht unten? Na, dammit. Ja, auf wieder. Passt, schnapp, 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 schnapp. Ähm, die verteilen sich irgendwie der Reaper und, äh, Rush. Ja. Äh, Reaper bleibt... Wie bin ich? Passt. So, geradeaus, eine. Warte geradeaus dort, auseinander zwei nicht erkennen. Und nachher durch die Scheibe durch Ochen. Passt. Das lässt mich auch im Dingsburg. Ja. Es kommt der Amelie, pass auf den Weg zu dir, Ochen. Boah, da liegt irgendein Zombie-Fotz um. Ich glaube, ich hab da gerade eine Leerränder geschossen. Pfff. So, und jetzt durch die Scheibe durch Ochen. Winschatz. Ah, dammit. Ah, ich hab dann... Jimmy, ich kann nicht schließen. Du, irgendwo ist ein Glas auf dem Boden. Du willst doch durch Ochen springen. Ach so, welch denn das? Scheiße. Ich hab Ripper da oben, ist super. Ja, Ripper ist oben. Ripper, verfolgt mich! Geht's euch da oben? Wuscha, wuscha, ich sieg ihn nicht. Da ist er! Ah, 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 ah! Gott, danke. Ich hab ein Bruma getötet. Ich brauch Munition, ich hab mich verschlatschossen. Ah, bei mir, bei mir isch Muni. Da. Ich muss mich grad korteilen, mit sich bin ich am Arsch. Ja. Passt, super, wunderbar, bin in bester Verfassung. Passt, vier Kanister brauchen wir noch. Oh, scheiße, ich höre eine Tank. Achtung, Ochen ist doch gebogen. Lach mal nicht dazwissen! Wer? Wer wo? Mit wem? Scheiße! Ah, fuck! Scheiße, ich wurde gejockiert. Verdammt! Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Scheiße, ich komm nicht rechtzeitig rein. Fuck! Der Wichser zieht mich durch. Jawohl, woll, woll. Geht schon, geht schon. Danke. Mach, knappe. Da kannst du ja nicht dauerhaft draufhalten. Nein, ich bin einklemmt. Vorsicht, da ist ein Tank. Ja. Der wohnt jetzt da. Ja, schön. Ja, heilt's euch, wir haben eh noch mehr die Packs unten. Ich hab so noch gar eine Puma-Kotze im Gepäck. Also jetzt hab ich jetzt einen Haufen Läden im Gepäck. Wow, die liegt da, da. Super. Jetzt müssen wir gleich noch einmal in den ersten Stück hauchen und dann noch zurückholen. Passt. Äh, Haldi. Diamond, Haldi, weil das ist noch Medipack. Ja, eh, hold. Na gut. Ja, ich hab mir gerade eins. Passt. Ich geb dir Deckung. Danke. Okay, 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 okay. Äh, geheilt die weiteren Programme. Ich brauch noch ein bisschen Munition. Sehr schön. Nachher werd ich jetzt auf die Suche gehen nach... Uff! Eiliger Gio. Wow! Ich hoffe, das übersteuert beim Mikro danach nicht so übel. Oh Gott. Hat da nicht irgendwer von uns ein Bumpgun oder so? Ich hab einen, ja. Ich hab ein Bumpgun. Ich hab ein Bumpgun. Äh, Achtung, es kommen gleich zwei Knie steuern nach unten. Passt. Kommst du an und landen zu rechts? Ah, ich seh die eh schon. Achtung. Schmeiß, 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 schmeiß. Eins. Ja. Und zwei. Achtung. Okay, Reaper, Reaper zum Auto. Zum Auto. Schnell. Scheiße. Ich muss jetzt grad am Weg... So. Ah! Und? Reaper, Reaper, Reaper. Hey da! Ich bin festgeklaugelt. Ich bin festgeklaugelt. Ich schaff. Wir haben jetzt getan. Nexty. Huh. Wir haben es... Trotz aller Widrigkeiten irgendwie geschaffen. Uuuuuh. 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 Auf zur nächsten. Deine Mama konnte fliehen. Hahaha. Das Leben von deiner Mozart fliehen können. Ähm. Ich wollte nicht aufs Leben, ja. Möchtest du noch eine Kampagne machen oder sollen wir noch ein Survival Match machen? Machen wir nur eine Kampagne, das ist lustiger. Ja. Und erstmal hoffen wir, dass nicht irgendwo in der Ecken ähm... eine Granatreifel. Eine Granatreifel, ehrlich? Möchtest du? Ja. Kriegen wir jetzt jemanden... Kriegen wir statt Russen einen mitspielen oder wie? Ja. Oh Gott. JP? JP! Was? Nein! Unacceptable! Was kommt jetzt an? Hallo, 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 hallo... Unacceptable! Unacceptable! Au! Du drück doch bitte auf die Leertaste. Ja, alle Leertaste drücken bitte. alle auf die Leer-Taste, du art-shapy. Danke.